Und das ist natürlich auch der Grund, warum Düsseldorf ein eigenes Spiel in Unterkette ausgetaucht hat. Ein richtendes Borussia Düsseldorf als Rekordmeister. Alles klar. Manöver und staunen. Und zwar zwei Weltklassikanteste deutsche Tischtennisspieler allerer Sensationen. Tischtennis ein bisschen vorzustellen. Ich glaube, man kann gar nicht oft genug sagen. 15 und 16 Jahre alt. Zwei der großen Nahrungstalente aus Deutschland. Zumal der Schöne ist. Am Anfang waren wir. Ich glaube, wir können für uns beide sprechen. Echt nervös. Aber jetzt hat es sich so ergeben und dann sind wir live in den Flow gekommen, oder? Also es war am Anfang sehr nervös. Ich habe auch viele Wände verschlagen. Aber am Ende bin ich immer besser reingekommen. Am Ende war die Zuschauer super nett, super freundlich. Alle geklatscht und haben mich hochweg. Geil. Supergeil. ZEB-L